Deutlich weniger Tore gab es zwischen Ambry Piotta und Servet Genf. Erik Westrom bezwang Tobias Stefan in Überzahl zum 1 zu 0 für Ambry nach 33 Minuten. Bei diesem 1 zu 0 blieb es bis 13 Sekunden vor Schluss, als die Genfer ohne Torhüter mit sechs Feldspielen alles versuchten. Doch Thomas Bäumle im Ambry-Tor liess sich nicht mehr bezwingen. Mit dem Minimalresultat von 1 zu 0 fügten die Tessiner den Genfern die erste Saison-Niederlage bei.